Was geht und herzlich willkommen bei uns auf dem Channel bei den Snooze Lovers. Jeder, der uns auf Instagram verfolgt, hat bestimmt schon die affengeile Dose hier gesehen. Wir haben die gecustomized und wenn du wissen willst, wie man das macht, dann bleib dran. Also das erste, was ihr machen müsst, Computer, Handy, scheißegal, ministry of snooze.com. Dann habt ihr oben eine Auswahl, könnt ihr auch mal gucken, was die sonst anbieten. Ihr müsst auf Customize gehen. Wenn ihr auf Customize geht, dann sind es sechs Schritte nacheinander und ihr kommt zur eigenen Dose. Und das ist affengeil. Also man merkt da, das ist ja ein richtig freches, junges Unternehmen, die für uns Verbraucher eigentlich snooze, ganz neue aufziehen, finde ich. Also man merkt das extrem. Schon allein die Homepage, zieht es euch rein, wer noch nicht drauf war, richtig geil. Also wenn ihr dann drauf seid, dann ist das erste, was ihr machen müsst, ihr müsst euch raussuchen, ob es Super White oder White ist, also die Porsche. Bei Super White ist es ohne Tabak und bei White ist es mit Tabak. Dann geht es weiter, der nächste Schritt. Und dann merkt man schon, da wird es richtig individuell. Ihr könnt euch raussuchen, wie groß die Pouches sind, also klein oder groß. Ihr habt dann auch noch die Auswahl von fünf Geschmackssorten, die ihr euch aussuchen könnt. Und muss man sagen, die von ACE, also von ACE, sind ja eh geil. Von daher passt das auch. Da seid ihr wieder gefragt. Und dann wird es abgefahren. Also dann macht es richtig, richtig Bock. Weil ihr seid dann der Creator. Ihr könnt euch raussuchen, wie die Dose aussieht. Wir haben uns für eine ganz schlichte Dose entschieden. Ihr werdet sehen, da gibt es Farbe, da könnt ihr richtig durchdrehen. Also ihr könnt das vorne, ich sage mal das Cover, könnt ihr euch selber raussuchen, wie das aussieht. Von der Form, da kann man Blitze reinmachen oder verrisselte Bilder. Richtig geil. Wir haben ein eigenes Bild hochgeladen. Ist vielleicht auch cool für den Geburtstag für einen Kumpel oder so. Ein eigenes Bild. Also wirklich individuell. Von den Farben, von der Dose, könnt ihr richtig eskalieren. Muss ich echt sagen. Da könnt ihr was Dezentes machen. Ihr könnt auffällige Sachen machen, von Rot bis zur Kies. Da gibt es alle Farben, wo ihr euch raussucht. Richtig, richtig nice. Ihr könnt einen eigenen Text reinmachen. Ihr müsst euch angucken. Ich kann da noch so viel reden, wie ihr wollt. Das ist der absolute Oberkracher. Was man sagen muss vom Preis sind 7 Euro. Finde ich völlig in Ordnung für das, was man bekommt. Und die Dosen sind 100% recycelt. Also die nehmen da den Plastikmüll, wo im Meer rumschwimmt oder was weiß ich. Vom Abfall und machen da draus die Dose. Also 100% quasi wieder verwertbar, nachhaltig. So wie wir das eigentlich wollen für die Zukunft für unsere Erde. Ja. Also guckt rein. Es ist richtig geil. Es macht richtig Bock. Ich werde mir da auf jeden Fall jetzt nochmal richtig eine geile Dose rauslassen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinposten, Bilder, was ihr euch gemacht habt. Das interessiert mich echt. Genau. Also stay tuned. Bleibt bei uns treu. Bis dann. Znusikowski und ciao.